Oh, hallo. Nehmen Sie einmal Platz, bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Beziehungsweise, wo liegen Ihre Beschwerden? Ach, Sie haben heute einen Termin bei uns. Oh, dann gucke ich einmal kurz. Einen Moment. Ah ja, tatsächlich. Okay, kurzes Check-up, ja. Genau, das machen wir alle halbe Jahre. Das stimmt. Okay, nee, dann nehmen Sie natürlich Platz. Genau. Als allererstes würde ich Sie einmal bitten, Ihr T-Shirt ein bisschen nach oben zu ziehen. Genau, denn wir beginnen immer damit, das Herz natürlich einmal abzuhören. Genau. Okay, einmal bitte ganz tief Luft holen. Na, danke. Super. Ich hoffe, das ist nicht zu kalt. Okay, sehr gut. Okay, super. Keinerlei Auffälligkeiten. Aber allgemein, irgendwie, dass wir mal Probleme am Herzen festgestellt haben, gab es ja auch nicht, oder? Genau, okay. Lieber manchmal hat man ja auch so eine, ja, Herzsprünge. Genau, aber das hatten Sie ja nicht. Ich gucke mal lieber nochmal. Nee, da hatten wir keine Befunde. Okay, als nächstes werde ich jetzt einmal Ihren Blutdruck messen. So. Dann bräuchte ich einmal bitte Ihren Arm. Genau, können Sie sich aussuchen, welchen. Okay, danke. Geht das so, oder ist es zu eng? Okay, super. Na so. Und dann warten wir mal ganz kurz. Nicht erschrecken. Geht's. Don't you? So. Na sieht auch gut aus. Okay, super. Nein, Topwerte. Alles super. Also bis jetzt muss ich sagen, Sie sind Topwerte. So, als nächstes werde ich einmal Fieber messen. So, dann einmal bitte nochmal den Arm hoch. Dankeschön. Okay, und da warten wir mal kurz. Haben Sie in allgemein irgendwelche Beschwerden momentan, oder ist alles in Ordnung? Verstehe, Sie haben also einen neuen Job angefangen und haben deswegen manchmal ein paar Rückenschmerzen, ja? Okay. Ja, gut, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass Sie sich erstmal an die Belastung gewöhnen müssen. Hm, richtig. Okay, super, das ist alles in Ordnung. So. Jetzt werde ich einmal Ihren Rachenbereich schauen, ja? Genau, das kennen Sie ja. Dann einmal den Mund bitte weit öffnen. Dankeschön. Okay, leicht gerötet, aber das ist an sich überhaupt nichts Schlimmes. Okay. Nee, alles super. So, das kommt einmal zur Seite. So, jetzt will ich nur noch mal Ihren Hals ein bisschen abbetasten. Okay. Nee, das ist auch alles in Ordnung. Ich mache mir mal eben ein, zwei Notizen. Okay. Gut. Gut. Als letztes würde ich Sie einmal bitten, dieser Spitze hier einmal zufolge mit den Augen, ja? Ja, wirklich nur auf die Spitze achten. Okay. Das machen Sie super. Wirklich nur auf die Spitze fokussieren. Und dann komme ich auch mal ein bisschen dichter. Ein bisschen zurück. Genau. Okay. Super. Gut, dann wäre ich an sich auch schon durch mit meinen Untersuchungen. Das ist ja heute nur ein kleines Check-Up. Ähm, was ich jetzt noch machen würde, ist, Ihnen einmal ein paar davon hier mitgeben. Ähm, diese Thermacare-Wärmepflaster, da Sie ja meinten, dass Sie durch Ihren neuen Beruf ab und zu Rückenschmerzen haben. Und dann denke ich, dass das hier an sich ausreichen sollte. Wenn es aber doch nicht besser werden sollte, so nach ein, zwei Wochen, dann kommen Sie bitte zu uns, weil da müssen wir wirklich mal der Sache richtig auf den Grund gehen, okay? Aber momentan gehe ich halt wirklich davon aus, dass ich Ihren Körper erstmal an die Belastung gewinnen muss. Genau. Okay, bitteschön. Gut, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Heimfahrt. Und ja, dass wir uns natürlich nicht so schnell wiedersehen. Na, man will ja auch nicht so oft zum Arzt. Richtig. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.